schau 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 ja so es ist Fehler bei Datenübertragung ähm wir sind richtig gut bei der OBS alleine braucht es 6.5 GB Altspeicher so bist du als Aussie oder was? ja ich versuch grad wieder zu connecten aber ich weiss nicht, irgendwie hängt das heute aber irgendwas ah jetzt bin ich wieder drauf ah alles klar gut ich mach's schon ja ohne die weiter aber jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr gewinnen weil du ja mein Glücksbunny bist ja und ohne die glaube ich nicht dass es da wieder erster wird schacht sich furchtbar wieso Glücksbunny ja aber auf da und so einen kleinen Schwanz hinten drauf picken oder was? ja vielleicht ein bisserl mehr Salat essen ich hab keinen roten Frisier weggestellt ich hab keinen roten Frisier weggestellt ok aber mach dir keine Sorgen ich bin eh erster naja ich seh ich seh was du siehst wirklich? ja ich schau dir grad zu ah ja schön und das wird live übertragen ja aber nur wenn du im Server drauf bist steht's gar links um live ah rechts um live grad sehen wir wieder und dann 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 also ich sehe wie sich das alles bei Metal Mario spielt so wee ue 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 Gut, er hat mir drei rote, glaube ich, hinterher geballert. Oder vier. Ich weiß, ob er nur zwei mitgekriegt. Ja, was nehmen wir denn? Ah, nehmen wir einen Delfin. Ja, meine Musik ist zu Ende. Ich brauche eine neue. Moment. Was, deine Musik ist zu Ende? Na sicher, ich höre ja. Ah, okay. Ich spiele über dem Monitor, da habe ich keinen Ton. Ich höre eh nicht, die ganze Mario Kart-Play-Sinn. Na, es ist schon meck, wenn du den Ton auch noch hast. Na, ich höre lieber Haus. Auf Sannheiser-Kopfhörer. Ja. Das ist, das ist, ja, es streichelt die Seele, sagen wir mal so. Was anderes wie Sannheiser kommt mir auch nie wieder ins Haus. Ja, und jetzt brauche ich LSD, bitte. Na, das brauchst du nicht. Die Forms seien schon da. Achso. Ja. Höchste Entree, Wurm. Ah! Verdammter Hund. Und... Warum bin ich so langsam? Äh, ich glaub wir fahren 100 km aus. Aber die Strecken wären mir in 64 Jahren total langweilig. Äh... Na, du kleine Truck! Wow! Hab ich dich in der Luft mit der Banane erwischt, oder? Na, der hat mein Grün... äh, der Erste hat mein Grün in den Zug gekaut. Was? Mann, ist das überhaupt mit du überholt? Ah, du warst es. Okay. What the fuck? Ich wollte... Oida! Und da los! Cheats! Hex! Ja? Äh, na? Die Maßen müssen mal um, was du hast. Ja? Ja? Sag' ich mal, äh... Der Japaner erzählt nicht, also von dem her... I bin Sieger der Herzen! Äh, nö! Es hilft nichts! Bist du ja der Sieger der Schmerzen? Ja, vor allem, wenn ich einläufe im Sekundentaktverteil, verstehst? Ah, da sind ein paar dabei, wo Joschis Piste wollen, jawohl. Nur die zweimal Wotts für die Straßen, äh, Straßen da, für die... Sie für die Straßenstrecken verstehe ich nicht. Ja. 100 Kubik schon wieder. Ja, ich glaube, äh, ja, mein, schade so an, wie viele Punkte das wir haben. Aber wenn ich so weiterspiele, bin ich vor dir mit den Punkten her, geil? Naja, du weißt schon, dass das dann irgendwo voll langsam geht. Wieso soll das voll langsam gehen? Umso weiter du da hochkommst, umso weniger Punkte Blitz pro Sieg. Ach so? Ich saa, oida, du weißt das! Ja! Ah! Siebter, achter! Nein, ich bin da bei Fünfter. Wotter Fuck! Da haben sie ja alles wieder durchgereicht, Herste. Ja, ja. Das ganze Marktluft ist drüber, über mich. Da du das auch hörst, dann warten wir. Ja, das spürt die Malte. Ah! 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 Wotter! Scheiß! Wir wollen den Trick nur! Na! Ah! Ich krieg mal das zu mir schnell. Ja, das ist gut ... Ache! Wotter! Das ist ja Wahnsinn, ey, Alter. Du bist einmal durch das Feld oder du? Ja, sobald du du bist, hast du ein Problem. Das ist ja Wahnsinn. Du kriegst wieder nur Münzen und siehst, zwei Blaue kommen oder was? Vierter! Vierter, einmal. Jetzt bin ich einmal da durch. Wahnsinn. Jetzt hab ich gerade auch nicht überholt, denn was ich vorher überrund hab. Nein! Ja, jetzt reicht's aber! Ja, Alter! Wieso hat der da... ...Raketten? Jetzt reicht's dann aber! Alter! Ja, sagst du sie jetzt auch nicht deppert! Das ist doch! Ja, Alter! Ich bin gerade Sixter! Ja, Alter! Wie fühlt denn nun? Ja, Alter! Wie fühlt denn nun? Guck mal! Ich... ... 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 Nein! Siegste! Ja! Ich war die ganze Reihe! Nein! Ohne Witz! Es ist auch ein roter Thema. Okay, mei. Dann kommt einer mit dem Kugelwilli und gibt mir alle Mieter und brennt mir gleich ein Ex mit der roten eine auf, dann brennt man nur noch auf, dann beißt mir ein Pflanzen und dann räbt man ab, wie er mit einem Superstern weg. Alter, ich war ein Letzter. Ich war ein Letzter, ja. Ja, aber ich hab grad zwei Kugelwillis gefressen. Eine blaue, einen Stern und noch irgendwas. Dann hab ich's wieder geschafft. Sechster, dann krieg ich einen Blitz und dann dritter und dann krieg ich einen Blitz und hau ich nur... Nein! 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 Dann kann ich schon nimmer reden, was mich das grad aufregt. Ja. Dann fang ich auch wie so natürlich, weil ich dich gehöter, der schon Schaum von der Pappen hat. Alter, bei mir sind Raketten vorbeigelungen, wusch! Und ich war dritter oder vierter. Ja, Wahnsinn. Ich hab die Raketten alle gefressen. Ja, ich hab zweimal den Stern gekriegt, Alter. Geil. Ja, ich auch. Aber ich hab nur zweimal gefressen. So, wirklich? Ja, von den anderen hab ich ihn gekriegt. Juhu! Nintendo tut eindeutig japanische Spieler bevorzugen, weil der auf den dritten Platz einen Kugelwilli kriegt. Ja, ist richtig. Juhu! 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 Ich komm mal alles der Erste. Fast! Ein Blauer, ein Blauer. Äh, der Japaner. Alter, du ist... Wo ist der Blaue? Du hast doch grad einen Blauen gefressen bei mir. Nein. Ich bin jetzt Erster. Au! Nimm mal lang! Na! Na! Es kommt eine Pflanze. Alter, was kommt alles so drössig daher? Ja, wir brauchen Abstand zum Alter. Es ist so komisch auf 100 Kubik spielen. Na! Ich denke mal, ich gehe weg von einem und dann hauen wir genau da oben die Bomben. Der Hund, der... Jawoll. Hey! Ich habe einen Banane gehobt! Alter, neinter! What the fuck! Ah, verdammt! Jetzt habe ich wieder nicht geschaut. Oh. Das wäre das nicht. Welch furiose Geschwindigkeit! Ja, das ist ein Wahnsinn. Ey, ehrlich. Ja, passt, ey. Was bist du noch geschossen, oder was? Ja, ich glaube, ich bin irgendwie zu langsam. Na, was tu ich denn, verdammt! Hallo! Na! Jetzt überholt mich der! Ah! Siebter! Ei, 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 ei! Und, wie viele Punkte hat es dir gekostet? Ich habe es nicht geschaut. Keine Ahnung. Nein, gar nichts. Oder doch? Na, es kann schon sein, wenn du mit den Punkten nicht so hoch oben bist, dass du noch gar nichts verliest. Das ist durchaus wirklich. Ja, möglich. Kann das sein, dass du ein Standard für mich hast und nicht eingestellt hast? Was? Ja, das Mantel, was dich da präsentiert, kann das sein, dass das ein Standard ist, oder hast du da was eingestellt? Das ist der Standard, ja. Okay, dann sehen wir. Ja. Ich will einfach keine Lebenszeit für so ein Bläsern verschwenden. Ja, bei mir habe ich es einmal auf der Wie gemacht und irgendwie übertragen, könnte ich auch noch. Oh, da sind wir schon vier Österreicher. Echt? Gar nicht geschaut. Ja. Oh, hey. Na! 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 Oh, ja. Oh, ja. Baller, baby! Was ich jetzt mal? Ja. Das ist nicht okay, sonst. Ah, nein. Ah, nein! Ah! 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 weiter yeah ja Oh, na! Wollt ihr es mir alle verarschen?! Ne, ne ne ne. So jetzt bin ich ganz froh dass ich nicht der Erster bin. Na! Ja! Yes! Baby! Yes! Er ist zurück auf dem Kron, da wo er hingehört! Das ist eh klar. Das werde ich jetzt auch machen. Ich lasse mich mal zurückfallen und in der letzten Runde haue ich alles raus! Hallo, Witz! Siehst du? Das ist doch eine Blöde! Nein, jedes Mal, wenn ich am Anfang in Führung gehe, kannst du sicher sein, dass ich nicht Erster werde. Immer! Ja, ja. Scheiße! Ach du Scheiße, was ist denn das für Wasser, Gerald? Du meinst der mit der Krone auf dem Haut? Nein, bei dem ist eh alles verloren. Ich rede von dem, der so blaue Ohren hat. Ach so. Ah ja, tatsächlich. Und der Deutscher. Ja. Ach so, ich hab mir gedacht, du redest von King Danny Boy. Ja, genau. King Danny Boy. Ja, ja. Die sehen wir gleich. Ja, so schaut's aus. Ja, genau. Er drängt mich ein bisserl weg. Ja. 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 Ja, sicher. Ah, du weißt das. Ja. Ja. Wer klebt denn sonst immer an deiner Arsch, he? Olle. Warte nur auf einen schwachen Moment von mir und dann bringen wir Olle was auf. Ja. 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 Achter. Ja. 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 Neinter. Ui. Ja. Jetzt kriegst du ein paar geile Sachen. Ach so. Im Alltag kriegst du richtig geile Sachen. Ma. Ja. Ich bin auch gerade vierter wieder geworden. Ja. Stern. Ja. Ja. Hey. Vier ohne Bound zu liegen auf der Strecke. Ma. Alter. Du kriegst mich nicht. Achter. 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 Es ist zum Warnern. Nein. Alter. Du blitzt und hab dich nicht. Da hat einer, äh, äh, drei grüne Bound zu verloren und ich genau da drinnen. Ja. Ja, ich hab auch keine Bound zu verloren. Was ist denn, ich mein, ich mein, was ist denn des? Warum sollst du ja anders gehen wie mir? Aha. Nein. Aus. Muss ich sofort wieder Cheats. Muss ich sofort wieder neue Cheats hergeben. Ja. Ja. Alter, das ist nicht GTA 3. Oder, oder. Sicher, GTA 2 hat sich auch schon so einen Haufen Cheats gegeben. Ja. Also, wenn sie das so alt spülen, weil im Endeffekt kannst du sagen, Mario Kart 8 gibt's ja schon länger, auch auf der Wii U, mit Öl noch so tätig gespielt. Und dann bringen die keinen neuen DLCs oder irgendwas dafür raus. Da verstehe ich den da nicht. Na ja, es sind ja schon 48 Strecken. Ja, da hätte ich noch ein paar von den Klassikern eine da. Ja. Den Defensive überfragen. Warum mache ich die App? Zucker süße kennen. Okay. Ja. 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 Das ist das mit den Piranhaplains zum Schluss. Echt jetzt? Natürlich! Ich meine, der Schuhmacher von Österreich, da muss natürlich gleich mal Platz 1 dort einkämpfen, ist eh klar. Ja, du darfst gerne mal meinen Platz warm halten. Komm, blöden damit. Wenn ich mich da mal festbissen hab, dann kommt da keiner vorbei. Außer ein Japaner. Wie gibt's denn das? Hallo? Warte mal. Da, bitte, friss. Der hat das angewehrt. Ja! Bitt's euch! Oh, verdammt! Ja, sicher! Alter, jetzt bin ich Sechster. Nein, neunter! Nein, Zehnter! Das ist ein Zubaner. Alter, was ist denn das? Was ist denn da? Öfter. Es gibt einen öften Platz. Was ist denn da? Was ist denn das, Alter? Jetzt überhol ich mir eine Kugelwelle und der nächste ist schon am Marsch. Was ist denn das? Wie ist denn das? Was ist denn das? Ich bin ein. Ah! Ja! Uff! 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 Ja... Bäm! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Was ist denn? Na! Na! Ich wollt's mir alle fünf archen! Du hast dermaßen... Einen Blitz reingekommen, jetzt hat es mich alle überholt. Ich bin Zweiter, Alter! Ich war öfter. Verdammt den. Ah, es kommt ein Blauer. Oh ja, und das war's ja von mir, weil ich so weit hinten bin. Nein! Was hab ich jetzt angeschossen? Yes! Ah, immerhin Zweiter, Alter! Ich war Elfter! Ich war Elfter, Letzter! Ich weiß, ich weiß. Hast du mehrfach gesagt? Nein, Vorletzter! Vorletzter! Bei der Erde ist der Dritte, wir werden können bei den Donuts nicht irgendwas angeschossen. Ja, manchmal ist es heftig, das Spiel. Ja, Alter, das ist mehr auf und roh als wie im Buff, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein richtiges Gemetzel. Ja. Player. Player, das war nicht fair. Aha. Mhm. Ich hab noch nie mal gesehen, was sich Player nennt. War's Player? Ja, der eine heißt Player. Zumindest der Player dabei. Oh. Interessante Benennung. Hat man ja schon lassen. Hm. Ist richtig. Ja, können wir da nicht 150 einstellen oder sowas? Äh, das kommt, glaub ich, beim Spieler drauf an, wenn's erwischt. Wenn's einer von den Schwächern erwischt, kriegen's 100. Wenn's mich zuerst erwischt hat, ist 150 gekommen. Ich glaub, das hängt zum Elo. Ich hab 1500 Elo. Lass mal ab. Genau. Aha. Ob ich so das Gefühl bei mir ist, wenn wir 150 kommen. Ah, das wird dämlich. Wir müssen jetzt ja jetzt kommen. Ja, Blitz! Es ist egal, warte. Das ist viel. Es ist egal, warte. Ich bin froh. Ich bin froh. Den Blitz wird grobant. Es ist egal, wie erbro. Das ist egal, warte. Wie Ellers. Ich bin sicher. Jooo, genau! Also, wenn jetzt natürlich so ein blauer Panzer kommt, dann weiß ich es nicht. Sind zu weit weg da vorne schon. Ah, da bin ich wieder versaut. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil er erstreckt mich. Wie lange bin ich schon nicht mehr gefahren? Ah, jetzt haben wir ihn! Aber ein blauer kommt. Komm, komm, Trifner, Trifner, Trifner! Ja! Vor! Vor! Ja, 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 ja! Weiter! Ich bin schon nicht zuständig! Der pisst dich! Wer will schon die Briten haben? Ja, daneben! Das ist ja besser, wenn du zurückziehst. Was ist denn? Ja, genau! Ja! 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 Jetzt hast du auch mich gewohnt! Das war schon das zweite Mal! Echt? Ja! Ja! Fuck! Jetzt stört dir einfach meine Hoffnung und Träume, das gibt es ja nicht, Herst! Ja! Was denn? Nachdem ja ich schon nicht geladen als YouTube bekannt bin, geil! Ja! Ja! Ja, hab ich auch gesagt! Du hast YouTube gesagt! Nicht geladen als YouTubes! Ja, ey! Bin ich auch schon bekannt! Ah, ok! Wann hast du das letzte Video aufgeklärt? Ja, jetzt hab ich gedacht! Machst du deine Pokémon-Fideos überhaupt nicht? Ich weine nicht! Nein! Mach ich nicht mehr! Nein! Nein! Ist mir zu teuer! Pokémon-Karten auspacken! Ähm! Zu viel Arbeit! Nein! Das ist einfach... Ausgeschmissen ist gut! Ganz ehrlich! Also, ich sieg schon dreimal eine Strecken, die man gar nicht taugt! Ist mir wurscht! Ich nehm alles! Ok! Fünfmal sieg eine Strecken, die man nicht taugt! Hm! So ein B! So ein B! Verdammt! Ah! Ah ja! Da ist es gestanden! Ein Hunderter! Ah! Deswegen stellst du ein Hunderter! Genau! Und bei mir, wenn ich zum Beispiel kriege, ist es ein Hunderfuchziger meistens! Okay! Aha! Schau her! Try! Try! Einen selben Account! Ja! Ja! Du kannst ja mit einer Switch, kannst du mit zwei Leute anderen gehen! Ehrlich? Ja! Ja! Das ist alles Cheats! Scheiße! What the hell? Tja! Ich habe wieder da woher gehen. Was sieht aus? Nein, natürlich nicht. Ah, shit. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich merke, dass ich nicht aufgefahren bin. Okay. Ja, genau, ein Blitz. Super. Begeistert. Ich hab's mir geglückt. Nein, jetzt flotert mir so ein verdammter Geist meine Shels. Super, mir ist relativ ruhig und es kommt ein Blauer. Ja, super. Danke, danke. Hier haben wir's grad gedacht. Es ist relativ ruhig und währenddessen fährt der Blauer bei mir vorbei. Ja. Jetzt haben wir umbleiben. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Blitz. Nein, da war mir nicht recht. Nein, da war mir nicht recht. Ah, weg so! Ah, nein! Na! Na! Ein bisschen länger, als ich strecke war. Nur ein bisschen. Geschöss deutscher! Mein Gott vom Zio hat er mich nur einmal erwischt. Ja, Avatar. 007. Ich weiß, wo du wohnst. Nein, nein, ich weiß, wo der Haus wohnt. Ich weiß, wo der Auto steht. Abgebrannt, abgebrannt. Schiri, ich weiß, wo dein Auto stand. Abgebrannt, abgebrannt. Ist eh klar, die Disco-Strecken. Ja, ich weiß noch. Nicht die Airport-Strecken. Wie der Hund wieder. Ja. 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 Mexikaner und Deutsche. Oh, Team Deutschland gegen Team Österreich. Turritos. Nein, jetzt ein Gusto. Ja. Oder einen Taco. Nur der Taco hat ja leider schon zu Ende. Bloß den gibt es ja nicht, oder? Nein. Was? Scheiße. Und Mexikaner sind ja alle fit zu teuer. Ja. 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 Ja, eh klar. Er macht seinen Headshot mit einer Grinshell. Ha. Ja. 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 Also manchmal erkenne ich die Entfernung nicht, um was da so ein Shell kaputt geht. Ja! Geil! Ja! Der ist schon nicht aufs Gutsche gerückt! Das glaube ich nicht. Nein! Geil, ruhe ich genau drüben über das Turbofeld, Alter. Ja, ja. Aaaaaaah! Naaah! Oh! Finger weg! Jetzt lassen wir's nicht noch mal von dir, Flarendus! Sackgesicht! Maa! Ja, Aroda, super! Ah, Tricksau! Warte, ich bin vor allem siebter! Das ist auch noch in der letzten Runden! Ja, sicher! Maa! Ha! Da hab ich erwischt! Aaaaaah! So! Nix! Yes! Yes! So schaut's aus, ja! Ja! Alter, ich war einfach... Am Anfang von der... Vor... also von der zweiten Runden, hab ich vor allem so draufgekriegt, dass ich im 8. Platz war! Jetzt! Bist der Reicher! Verstehst? So schaut's aus! Na, Alter! Ja! Ja, der Schuhmacher kann einbocken! Ja, der ist eh schon ein Pensionring, das! Nein, nein, nein! Verdammt, das willst du ja gar nicht! Nein, zurück! Ja! Egal, wieder nicht mehr stricken! Obwohl, bei meiner Mauswitz, das ist mir schon bei einer stricken Nummer, was ich nicht will! Ist richtig! Das geht einmal schon! Aber... War eh eine schöne Durchmischen, gell? Österreich, Deutsch, Österreich, Deutschland, Österreich, Deutschland! So, einmal Deutschland, dann wieder Österreich! Hm! Aber... äh... die ganzen... äh... was? Mexikaner... äh... Amerikaner, die waren ja ganz unten, oder? Die waren ja noch schlechter! Die waren relativ weit unten! Weil oft von Mexikanern zu machen, ich kriege immer mehr Hunger wegen dir! Ja, war nicht so ein Mexikaner dabei! Malze Chili oder was? Ja, mach mir dann eine Kaffeepause! Passt! Miteinander schnüren! Ja! Wieder Hunderter! Nach der Yoshi-Pattie, oder wie? Jo, richtig! Okidoki! Jungs! Ja, wir hier sind! Jaros Jungs! 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 Ja, das war ein guter Schuss. Das gibt es ja gar nicht. Ja, genau, jetzt können Sie mich wieder alle abfertigen. Danke. Das ist ja. Warum soll es die Autos gehen? Ja. 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 Was ist denn? Ja. Der Rode hat mich nicht mehr mehr drauf, wenn es kommt, wenn es ist jetzt. Letzter. Mit Radtum. Das ist scheiße. Ich möchte mir auch noch zugestehen. Bestimmt. Ja. Ja. Das ist jetzt da dauer. Das ist doch nicht wahr. Du weißt, dass du deinen Mantscher wieder drücken kannst und den Mantscher schneller. Nicht wahr. Ah, verdammter Geist. Das ist so ein trickiger Fladerrand. Ja. 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 Komm. Kommt vor. Kommt vor. Kommt vor. Kommt da. Ja. 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 Die das kann nicht sein. Ja. Ja, was. Ja, ja. 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 Das ist so viel, das ist so viel, was? Alter, wie geht's das? Ich bin direkt hinter dir g'fahren und dann in diesen Windschatten g'fahren, ja? Und dann hab ich einen Bus gekriegt und dann bin ich vierigetischt. Ah, verdammt. Ja. Alter, ich war so hyped, jawohl, endlich wieder erster. Nein, ich hätte verdient den ersten Platz und dann zieht er so ein kleines Arschloch bei mir vorbei. So, machen wir Pause. Ach so. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ja, müssen wir das schnell machen. Ja. Nein. Puh, ich war öfter, Alter. Ja. Ich wusste seitdem, ja, ich war ganz hinten noch mal hin. Nein. Nein. Doch, ganz kurz noch. Es ist... Das sind jetzt Strecken, na je. Ah, was? Die Super Nintendo Strecken. Oh, Marna, erst. Ey, Alter! Das ist nicht Autodrom? Oh, Marna. Oh, verdammt, das geht's ja nicht, lass das mal. Das ist die originale und erste Regenbogenstrecken. Oh, mach einer. Hörst, die gibt's auch noch. Ja. 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 Ja Habener. Ja. Ja, ja. 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 Ja nej, ja. Na! Wasst du die Schuhe da tun, Gustl, oder was? Die ist mir net. Na! Wasst du? Wasst du? Wasst du? Wasst du? Und? Vierter! Du! Okay! Du bist weiter hinten, kann ich sehen! Du fährst grad noch! Na jetzt bist du im Ziel! Fünfter, oder? Uuuuhh! Nae! Uuuuh! Auuuuuhh! Es kann doch alles schiefgehen, was noch schiefgehen kriegen oder was? Hm, wo's auch? Ja, weder du noch ich so ein Erster! Da stimmt das nicht. Passt, du willst jetzt schon eine Pause machen, was du gesagt, gell? Ja! Thanks! Rausse! So da! Soda! Bis gleich, bleibt dabei, wir kommen in ein paar Minuten wieder. Bis gleich, bleibt dabei. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Suchst du wieder was, oder soll ich suchen? Mal. Zuerst muss ich meine Musik richtig einstellen. Die richtige Lautstärke, das wirkt gleich mal auf meine Seele, die was praktisch von unten gestreichelt wird. Das ist so wie eine innere Massage. Leg die Glückskirche weg. Das heißt, ich habe einen Glückskirche ausgefressen. Nein, das soll ich psychologisch unterstützen bei Mario Kart fahren. Das ist ganz wichtig. Okay. Ja, richtig. Ja, richtig. Also, ich rede von einem gescheiten Beat, den was man da jetzt reinpfeifen. Nein, da fang ich gleich meine Hämorrhoiden zum Tanzen an, wenn du so eine Musik hörst. Wenn ich so eine Musik höre, dann muss ich, glaube ich, gleich ein Läufe im Sekundentakt oder verteilen. Oh, warte. Bist du irgendetwas drin? Ja, ich starte gerade an. Reginal, Rennen. Tanuki! Schnappt gerade noch meinen Fahrer. So da! Suche nach Spielern. Im Endeffekt kannst du mir, glaube ich, schon beitreten. Mitspielen. Schau beim Warten zu, ist gerade gestanden, dass ich gerade einen selber gefunden habe. Alter, da ist einfach einer mit 85.000 Elo da. What the hell? Da spielt ja auch nichts anderes als Mario Kart. Ich glaube, das ist wieder eine minimale Herausforderung. Heilige Scheiße. Ja, jetzt hast du es noch gesehen. Ja, ich bin auch drin. 85.000 Elo. Ja, brutalst. Also, wenn man 25 Punkte pro Sieg kriegt, ja. Ich sage, der wird nicht recht viel mehr spielen, als wenn ich spiele. Dann hat er bei 10 Siegen 250 Punkte. Bei 100 hat er 2.500. Ja. Bei 1.000 Siegen hat es 25.000. Ja, du darfst einen vergessen, wenn du gegen einen Spieler mit mehr Elo spielst, dann kriegst du auch mehr Punkte. Ach so? Ja, das ist mit ihm berechnet. Aber ich würde sagen... Der hat mindestens 3.000 Siege hinter sich. Ja. Ja, und du darfst vergessen, dass er verloren hat. Oder du willst auch wieder was anziehen? Das ist richtig, ja. Also, einem war Luchi losgegen. Ja, die Gurten spielen alle im Waluigi. Ich verstehe es nicht. Bitte sag mir es. Ja. Ja, er fährt sich ein bisschen anders. Ich schätze, weil er so ein Mittelgewicht ist, also ein bisschen schwerer. Wahrscheinlich wird er Endgeschwindigkeit ein bisschen besser haben. Normalerweise, wenn du das Kart aussuchst. Ich weiß aber jetzt nicht, ob es in Online-Modus auch so ist. Und du drückst Minus oder Plus, musst du schauen. Das sind die ganzen Daten von den Karten und dem Motor an. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich müsste eigentlich das Spiel normal spielen. Dann werden mehr Sachen freigeschalten. Ja. Weil ich kriege da keine Münzen. Du kriegst da genauso die Münzen. Ich habe zuerst auch schon, wie du es freigeschalten. Nein. Ich nicht. Ja, aber eine Zeit lang dauert es ewig, bis du das freischätzt und dann gehst du wieder dahin. Ich möchte, wenn der Wallucci gar nicht erst ist, hat er Mock-O. Die haben alle kleine Raunen. Okay, alle. Ja, die kleine Raunen, die sind richtig gut zum Sliden, wenn du weißt, wo. Okay. Ja, aber ich muss jetzt ein bisschen größer wie da rauf, da hat man mehr Handling. Mit einem blauen Board. Geh, halt die Groschen. Hey, ich will auch meinen Charakter verändern. Ja, musst du auf Start drücken. Also. Nein, da muss ich, glaube ich, irgendwo ins Menü rein. Nein, wenn du da auf X druckst, dann kannst du wieder alles aussagen und ändern uns. Garton-Charakter. Oder meinst du jetzt in meinen Charakter? Nein, den blauen da. Nein, wenn du jetzt in meinen Charakter ändern willst, dann musst du auf den Switch rausgehen. Weil ich habe keine blauen Augen, ich habe dunkelgrüne Augen. Nur deutsche, halt die Groschen. Und nur wir zwei. Was ist da los? Käsebrot. Haha, ja. Oh, ne. Ich stelle dir mal auf den Interfranchissen. Ich stelle dir mal auf den Interfranchissen. Ja. Verdammt. Das Kart muss mir jetzt erst quäler. Jo, habt ihr recht. Passt. Passt. Nee. Das ist wieder der Waluci. Da ist eine Abkürzung, da ist eine Abkürzung, und ich fahre genau rein, okay, jetzt weiß ich es. Ja, der blöde Geist wieder, der Buh, Sackgesicht. Ja, Alter, was hieß denn, bin ich wieder Zehnt da, jetzt trifft mich wieder eine Scheißraketten. Wieso bin ich jetzt zweimal Dritter, bin ich zweimal überholt worden, einmal weiß ich. Jawohl, hat sich verdient. Ja, mit Sicherheit, rennt ihr euch noch? Nein! Ein wenigstens bei der Dritter. Ach, Alter. Ja, die sind ein bisschen stärker. Hm. Ach. Was heißt das, die sind ein bisschen stärker? Hm? Die haben mich die ganze Zeit nur angeschossen, kaum war ich fahren. Ja. Das meine ich damit. Hm. Alter, der mit der Kronel schaut aus wie der meine. Ich liebe die und ich gehe. Scheiße. Ja, ich gehe das aus. Ich gehe das aus. Ach. Ja, ich gehe das aus. Ach. Ja, ich gehe das aus. Ah, was für Strecken würdest du, ne? Keine Ahnung. Super! Äh, Käsebrot ist dabei, aber im Allfall ist immer noch Wurstbrot dabei. Ah! F-Zero! Ja, da hat einer einen guten Mario. Ich will den haben. Ich weiß, den hab ich selber noch gar nicht. Glaube ich, oder? Es ist ein zusätzliches Kind, das du dir verändern kannst. Was ist denn? Ja, was ist denn? Seid ihr alle däppert? Komm, du Bananenfresser, ich krieg dich. Das war klar. Das war so klar. Ah, das ist wieder so eine Einrundenstrecken. Nein! Das ist noch nicht wahr! Mit einem Superstern und... Ja, sicher! Was ist denn jetzt die? Ja! 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 Geht dir das? Ja! Geht dir das? Ich will das Tapu! Ja! 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 Und das? Ja! 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 Ah, immerhin! Geh, komm! Immerhin! Zweiter! Ich tu wenigstens wieder was rechtfertigen, jawohl! Ich finde das ist stricken cool, aber nicht, wenn ich so viel fris! Ja, das, so ist es mir auch gegangen. Bist du grad gegangen? Äh, ja, ich will schnell meinen Charakter da einstellen. Okay, dann fahre ich schnell diese stricken da noch. Ja. Steigst einfach da rein bei mir. Ja, aber ich kann nur den auswählen. Was ist denn das für eine Scheiße? Boah, musst du selber schnell schauen wie das geht mit den Mies. Das weiß ich auch gar nicht mehr. Ist noch Player Charakter auch gemein? Nein, das muss bei der Switch selber da. Wie dann? Ich weiß eben nicht mehr. Vielleicht bei den Profileinstellungen. Ah, mich bearbeiten. Genau. Geht das bei Profil, oder? Ja, genau. Ja, genau. Alles das. Das habe ich bis jetzt auch mal gemacht und dann nie wieder, weil es mich eigentlich gar nicht interessiert hat. Das ist wie gesagt nur eingefügt! War das bitte wie du? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Genau, achso, das ist richtig, richtig 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 Ah, verdammt Achso, das ist richtig, richtig Achso, das ist richtig, richtig Achso, das ist richtig, richtig Ja? Äh... Moment. Aha. Hm? 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, äh... Ja, äh... Ich hab jetzt grad, äh... Im... Interconsum selber mich erstellt, aber... Ich hab jetzt grad, äh... Die Option gefunden. Okay. Ja, Mario Kart. Bei Mario Kart gibt's auch die Option. Äh... Aber ich kann's nicht probieren. Ich hab mal eins für Mario Kart extra gestürtet. Ja. Ja, nehmt's doch einfach irgendwas an. Fertig. Ja. Ja. Okay. Das ist so schlimm, weil ich schon das Sigi schon. Wir sind aufsteht. So. Geh, komm. Ich glaube, wenn ich es einstue, haut es mich runter. Mhm. Naja, suche nach Spielern, geil. Ja, du musst dann nur auf, äh, wieder fallen gehen. Ja, tue ich auch gut. Aber immerhin haben sie ein schönes Hit-Bump-Bild von der Erde, geil. Ja. Schöne, egal. Wir haben es ja bei der Playstation 3 beim CD-Spieler auch gehabt. Ja. Ja, das ist voll. Ja, warte, hab sie eh. Hey, verdammt, hab ich wieder zu riskiert. Ist eh gleich vorbei, das Rennen, dann geht es eh wieder. Du bist beim nächsten Rennen der Play. Aha. Ja, dann... Ja, wo fährst denn du hin? Ah, halt die Mappen. Hey, Petsi, servus. Was, Petsi? Ja. Petsi hat gerade eingeschrieben, hi-ho, in den Chat. Ah, okay, servus. Die Begeisterung. Legge dir. Ja, der Orange ist meiner. Ach, du Schlwau-Teil. Na, seid schon fertig mit euch und vor mir ernst. good mood. Ja, tschau, Muli Kuh. Ja, Milka Kuh. Immer wenn ich das Püdel von der Kuh sehe, habe ich Gustav ein Steak. Boah, 200 Kubik! Geht's, geht's ab! Jetzt lass von der Formelhauts immer reingestehen, weil sie ohne zu langsam sind. Hier mit meinem TV-Mobil. Oh, servus. Bist du schon mit 200 Kubik gefahren? Nein. Ist nicht furchtbar schnell. Ja, so. Ja! Ja! Ah! Das Spiel ist furchtbar, was du da drinnen hast. Ich? Ja. Also, das... AAAAAA! Ach du Scheißer. Er hat grad die Weide ein wenig freigerennt. NAAA! Ja, blieb! Ja! WUHU! AAAAAA! Bin zwar nicht erster, aber bei derer Lobby nicht so schlimm. Ich bin fünfter geworden. Ich glaube so, mit mehr Punkten ist der erste. Ja, also extrem weit weg. Ja, weil ich schaue halt immer, dass ich meine Münzen da zusammen finde. Sobald das möglich ist, ja. Weil, wenn du die dreimal viermal anschießt, dann sind alle deine Münzen weg. Ja, ja. Also, es kann von der ersten Runde bis zur letzten Runde. Kurz vor dem Zü kann das sein. Oh, ja. Das stimmt. Boah, 31.000! Ja, hab ja nicht so weit wie du 80.000 hast zuerst. Äh. Ja, sicher! Ja, sicher! Ja, sicher! Jawohl, mein. Ich muss, ich kriege gerade nur einen Schäler. Ja, ich will mich nichtaue. Ja, ich will michaue. Ich bin jetzt einfach 8.000. Kompfiere kämpft kommt Alter, ich kommt doch gar nicht füriere So Wahnsinn Oh ja Na, Alter Da kommt, äh Ständig, ständig Das hört gar nicht auf Ja, einer hat sich schon wieder komplett angesetzt Das ist ja klar alles Ja, ich meine, was ist halt? Das gibt doch gar nicht Nein, nein, nein Na! Schlechts echt gekommen Bin ich noch vierter? Was ist du von zu? Ja Hallo, Alter, gibt es echt welche, die fahren mit Remote Also mit, mit, äh, Leckerl Sehr, 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 sehr Schlechts pent-l Hast du die heikungen, die, 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 die... Ist sehr, 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 sehr Ah nein, da Spetale und sowas auch dabei. Ja, richtig. 60 Euro kostet beim Mediamarkt, ich schaue nicht mehr gerade. Okay. 60 Euro ist nicht so schlimm, aber... Für Zwitsch habe ich mir kein Lenkkral. Ja, das ist aber nur das Lenkkral. Nein, Lenkkral plus Spetale. Da gibt es zwei Personen davon. Und ich habe nur gesehen, 60 Euro. Eins mit den Petaille und eins ohne. Und du hast 60 Euro das mit den Petaille gesehen. Ja, was ist denn da? Seid ihr so wahnsinnig? Genau, die haben alle einen Tuberpilz und ich nicht. Wacken, noch ein schlechte. Jsli! Ja, weg! Oh nein! Ja, weg! Ach so... Oh nein! Nahr! Oh ja! Oh ja! Oh ja, oah! Oh ja! Ich bin schon wieder auch da und nächste Raketen, neint da, was ist denn, das gibt es ja gar nicht. Abergeist. Na! Ich fühl mich ganz minimal bombardiert. Ich bin ganz normal. Ich bin ganz normal. Ich bin sehr alt. Okay, ich bin ganz normal. Ah, verdammt, das war ein Fehler. Ja, sicher. Alter. Ah. So, einmal stößt ein Pist, dann haut es den Oli am Schädel. Ja, ist richtig. Yes, und zweiter noch. Ich bin noch zweiter geworden, Alter. Geil. Ein siebter geworden. Alter, ich war letzter, ich hab sogar einen Blitz gekriegt. Ha. Ja. Ich war auf dritter Stelle, am zweiten hinten drauf, haben wir es noch. Bam, 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 bam. Ja, Alter, die ganze Zeit, ich hab zwei Raketen hintereinander getroffen. Oh, wie hat man ja verkloppte. Alter, wie schaut die aus? Ah, der ist wirklich geworden zu sehen. Ja. Ja. Der Blick in deine Säle. Ja, richtig. Schlimmer ist wie der Horrorfilm. Oh, Mann, nein. Dein zufällige Strecken ist worden. Er hat auch gekriegt, aber alles schon Schlimmes. Ich weiß. Also. Jawohl. Na, über Banane kommt. Ah, f*** ich. Oh, mit der Neue. Das ist doch Wahnsinn. Ah, ich mag schon wieder irgendwelche extra Aufkürzungen. Wer tut das? Äh. Wir machen sich nicht so erfolgreicher. Ah. Na, was kriege ich? Roter Panzer, verfolgt mich, was kriege ich? Mützen. Aus für den Ruhm, ich habe kein Mützen, verdammt nochmal. Auch irgendwas um die Malte da hinten zum Opferen. Ja, ist ein Wahnsinn. Ja, nichts habe ich gekriegt, sopfer. Na, du Dreckschwein. Ah, wuff. Yeah. Sechster. Ja. Was, dann löst du her von den Deutschen. Was? Ja, 1, 2, 3, geht an Österreich. Fast wie beim Skifahren. Zumindest früher. Ja, dann gibt es halt den obligatorischen Ausreißer. Das bin nur die. Was für eine Schande. Hey, immerhin noch in die Punkte reinge. Ich tue was fürs Team. Ja, ich war bis jetzt auch immer in die Punkte reinge. Ja. Ja. Boah, hey. Du kriegst ja nicht auf die Gausschen her. Ja, ist... Ja, total der Wahnsinn. Auf die deutschen Recken her. Ja. Was? Weiter, weiter, weiter. Das ist eine Strecke, die kann ich gar nicht. Aber auch 150er. Ja, das ist tatsächlich. Da bleiben wir nicht so dahin. Oh, 4100. Seit wann gibt es blaue Koopa Troopa. Ach so, ja, Super Mario World hat es gegeben. Manche frage ich mich echt für, was ich den Boost überhaupt am Anfang tue. Keine Ahnung. Ja, ja, danke. Gerne. Bin ich wieder neid da nur wegen dir? Ja. Sei froh, dann kriegst du nichts aber auch von gleich, der Wahnsinns drüber. Nein, kriege ich neid. Oh, nein. Ah. Ja. Geht's weg. Oh, nein, 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 nein Ich bin der Blaue, ich bin nur dein Erster! Ja man, ich finde nicht so etwas mit. Ah, g'schess Banane! Nein! Weil, ist denn da bitte der Erste schon vorne? Da könnte echt langsam wieder ein blauer Panzer kommen. Alter! Was ist? Ich komme da rein, aber fähre ich! Ich mag das gar nicht! Die Malte näher, zieh und näher, zieh bei mir! Alter, nehmen Sie mir die Dings auch schon weg! Das ist ja gar nicht! Ja, Alter, verdammter Geist, schläg dich! Ja, jetzt hat es! Ah! Ah, ja! Zehnter! Nein, verstehst du! Ist Dritter! Ui! Ui! Da der Erste wirklich weit weg! Ach, da Geschleichte! Ui! 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 Ich bin nicht einmal führig gekommen! Keine Chance! Alter! Ich glaube, kurz einmal Dritter und so und dann bin ich sofort wieder angenommen worden! Kommt die Zeit! Ui! Ui! Einer! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Einmal so! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Los! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Giess c FOR almost eine Einheit! Ich bin jetzt! Wir sind jetzt! Ja, so bist du wegen dieser Pissapunta. Ja, so bist du? Ja, so bist du? Ja, so bist du? Anb sec! Ja, du bist der. Nein, jetzt verscheu ich mich bei der Kurve, obwohl das beißt schon. Das ist der Sieg. Nein! SC! Ha! 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 Festschieds! Waffanieren für'n Bullle-Zillzaum! Jawohl! Der letzte unten wieder. Ja! Eingewalt den anderen erwischen. Ah, nein! Wo ist denn? Na! Gekomm! Ah! Ja! Überholt schon alle! Habt ihr recht! Einer! Das rennt nicht richtig gut! Ah! Das ist Chaos! Ja! Nimmer! Sein! Ah! So lang war ich erster, verstehst? Hat mich die Bitch noch eingeholt! Ja! Du hast den blauen Panzer gefressen, da war's eigentlich vorbei! Ja! Richtig! Und dann hat mich nur einer getroffen! Ja! Vorbeifliegen! Tchuuu! Ich mein, das ist ja sowieso die größte Frechheit! Da schießt der blauen Panzer, bis der irgendwo, irgendwo drinnen, trifft dich der, wo's nicht erster bist! Ja! Aber der tut da hinten nicht so viel! Den Hund hält sich so richtig auf! Ja! Ah, ja, ist eh klar. Und weil trifft es mich gleich wieder mal als erstes. Ich hab's genau gesehen. Du hast doch genau vor mir. Ich hab's genau gesehen. Das schaut so aus. Ah, das fällt doch aus, ey. Ah, komm. Okay, komm! Wow, da ist ein Roter Band, ja! Ja, was, ich bin denn da, jetzt ist das schon wieder aus. What the hell, was ich gerade friss! Ich bin das ja gar nicht! Was ist denn das? Alter! Halt dich gefressen, Alter! Halt dich gefressen! Alter! Das ist... Alter! Was hab ich denn da, was ich noch reingekriegt, Alter? Nein, ich hab auch noch gefressen, was es geht. Ah! Nein! Ach so! Das war gerade heftig! Ja! Das war gerade richtig heftig! Das war furchtbar! Gerade, dass ich das Geschirr ins Ziel geschafft hab! Nein! Ich krieg noch einen Herzinfarkt! Aber nicht von dem da, sondern vom Ringfit wahrscheinlich! Wieso vom Ringfit? Ja, keine Ahnung! Das soll ja das verhindern, dass du den kriegst! Ja! 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 Ich war doch schon mit mir vorbei! Na! Jetzt trifft ich die falsche Richtung! Da, jetzt bin ich dead last! Ah! Bald Ritter! Da! Kamer, du wirst jetzt er dir erst zu sehen! Na! Ah! Sie ist doch jetzt... Woah! Nein! 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 Minus 1! Ja, immerhin! Was? Ehrlich? Ja! Ja! Oler! Die Hund hat mich gerade zerstört! Ja! Ja! Vater mich! Uff! Ich brauch einen Sacki Metzl! Ja, drum hast du in dem so... Hast du wirklich das genommen? Warum gibt's so keinen Button? Wen interessiert's? Jetzt soll gerne einen Button Wein interessiert's! Warte, Dunkel, da haben wir schon was zum Tränen! Jupp! Mag das? Ja! Ja! Ich bringe mal房' Reaktion! Was ist er? Objektiv hat sich! Wie ist das? Du? Es gehts mir, empfehle! Scheiße! Du! Du? Du? Ich kann dich! Bench bitte da. Ja. Ja, es ist gemetzelt worden. Ja. Auf geht's. Schuh. Juh. Total. Ja, was ist das auf der Reisstrecken? Ehrlich. Ja. Ja, was ist denn da los? Jetzt geht das ja gar nicht. Ach, kommt schon rein. Oh, es kommt auch da. Super, super. Sehr klar, wenn ich hinten bin, dann kriege ich keinen Dlingensen. Oh, was ist denn? Alter, wievielter? Vierter. Nein, siebter. Ja. Das ist heftig. Was ist denn wieder ein Minus? Na, plus drei. Zum Warno mehr. Seit wann suchst du zu strecken, also gehst du nicht auf Zufall? Ja, da wo diese Panzer nicht zu wirken. Das heißt, Abgründe über die Luft drüber und so weiter und so fort. Naja, in der Ehe, aber da war jetzt wahrscheinlich auch geschossen. Kann man das nicht auch spielen ohne dem, äh... Okay. Ohne dem was? Nein, nicht Käseland. Nö. Ja, Käseland. Ich hasse Käseland. Oh, schau mal mal. Okay, jetzt weiß ich nicht, ja. Ja, was ist denn da? Geh weg, Kittenhund von mir. Ja! Ja, genau. Äh, auf Himmelsen. Ja. Ja, Banane. Ja, ich weiß gar nicht. Wohoo! Wohooo! Wohoo, wohoo! Wohoo, wohoo! 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 Nein, genau, wo du ihn weggeschirrst. Ich bin ja gerade eine Kugel überholt, ich bin schon wieder siebter oder? Nein, ich bin gerade vierter geworden, der mich auch drum erwischt hat. Ich glaube, ich muss echt da mit Rosaline ausprobieren, weil wie weit der mit der vorne ist. Klar. Dann einmal schauen. Ja, ich meine, was ist mit euch, Rosaline? Was ist denn da? Das geht doch nicht. Ihr! Ihr! Was ist denn da los, Alter? Ich häng auf den Übergang da oder fest. Puh, ich freu mich schon überdrücken kurz. Da haben sie sich alle anknallt. Das ist, nein. Ja, aber ich bin schon wieder um Fierigst. Was ist denn da los? Bäh. Also, wie ist denn das? Verschleunigung? Wie ist denn? Was ist das gleich, oder? Let's go! Verschleunigung? Aha, na, da ist auch der Unterschied. Jetzt habe ich mir erwischt. Hm? A-ha, Yoshi-Time. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, sicher! Alter, da geht's zu! Alter! Alter! Da geht's zu! Was ist denn? Zwei, meine Ruhe kommt am dritten. Kommt da wer mit der Kugelwilli vorbei. Fuck, Alter! Ifr is in Blitz. Die is natürlich geschützt. Und Vierter. Alter, Sechster. Oh ja, war ja Pferdys, geil. Ja, sicher nehmt's Oli die langweilige Autoballstrecken. Ja, ist richtig. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht wirklich nicht. Ich versteh's nicht. Na, na, und umdreht nur dazu. Das? Ja, 150 Kubik und es ist spiegelverkehrt. Okay, schauen wir mal, wahrscheinlich letzter, oder vorletzter. Ja. Na, das steht da auch noch. Ja, das passt, das ist super. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist so frisch. Ja. 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 Ja, das ist so frisch. Ja. 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 Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Warum bin ich nicht erster? Ja! Ja! Sicher! Jetzt habe ich noch einen vom Südsaum geschossen! Alter! Der ist gestaunt, weil er einen Rundbanzer gekriegt hat und ich habe ihn da nur noch auf dem Feuer draufgeballert. Alter, sind jetzt weiter dabei mit 3.000. Da darfst du nicht oder nicht wundern. Ich bin da manchmal hängen geblieben bei den LKWs und bei den Autos. Ah! Schlimm! Ja! 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 gerne salu. Schlimm! 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 Ah, ja, oh ne, Balla Balla, jetzt ist schon wieder so einer dazugekommen. Oh, oh je. Ah, und das geht schon wieder los. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ist schon gut, passt schon. Ja, ich hab einen blauen, cool. Na, so kurz vor der Tür! Ja, sicher! Nein, da! Oida, ja. Du musst wieder anziehen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Es ist, also... Ich hab jetzt aber losgemessen. Ja. ...hures Gemetzel. Pfff! 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 Pff! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich krieg kein links und rechts Ja Ja, sicher Ja 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 Da geschissen. Er hat die Nubi ausgelassen im Geist. Die Nubi hat komisch etwas gekriegt. Aber das erste Mal, glaube ich. Echt jetzt? Ja. Das ist so eindrücklicher Fladerantast. Ja, richtig. Vierter. Ah, siebter! Okay, durch das, dass wir trotzdem so viel sind, habe ich wieder Pluspunkte kassiert. Ja. Also, ich habe überhaupt kein Item-Click, merke ich gerade. Was hat die da? Vier Strecken, oder was? 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 Nein, das ist zufällig, was für eine Jahreszeit erwischt. Was sind vier Jahreszeiten? Ja. Du erwischt irgendwas von denen. Aha. Das ist wieder gekriegt. Ahem. Das ist wieder gekriegt. Naja. Aber dann, was hab denn es? Das ist ja nicht- Das ist schon gut. Bist du da jetzt? Ja. Und denn, was kann ich sagen. Stimmt, wird jemanden ausgelassen?" Das ist schon gut. Du hast schon gut. Danke! Das ganze Arschloch tut mir weh! Rüner! Ja... Ma! Also, ich bin schon wieder der Pazifist bei Mario Kart. Ich hab' ich gerade gesagt, dem... Ochter! Neunter! Ja, ich bin fünfter, siebter! Ochter! Öfter! Ja, du musst das Video übertreiben. Ja... Ah! Das ist ja ein Wahnsinn, Herrst! Ich hab' mir noch Blitz ausgekaut! Ich hab' mir noch vierter Platz hingekommen! War mir eigentlich wurscht, weil ich hab' gar nicht super stark gehabt! Ja... Wahnsinn! Noch grad... Von letzten auf den sechsten Platz, Viere! Ja, ich war auch Ochter und dann hab' ich mich noch am vierten Platz durch Viere geschossen! Das muss ich jetzt besuchen! Was war die Fehr? Mhhh! Das war die Fehr! Das war die Fehr! Das war ziemlich eindeutig, was da ausgesucht worden ist. Da... Ja! Danke! Danke! Das ist ein wenig unschuldig. Ja! Ah, Knopf! Ja! Oh, Mann! Ah, Röner herst öfter! Ja! Ja! Oh! Es ist ein Wahnsinn! Mist, Fika! Wie viel denn nu? Boah, Fünfter, Alter. Ja, Alter. Was? Sechster. Du hast mir kurzzeitig wohl gehabt. Bin ich seitlich vierig. Ja, ich bin... Ich krieg immer als erstes auf den Scherl, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Aber es gefällt mir da nicht mehr, geil. Ja. Passt. Dann würde ich sagen, machen wir das schnell und dann hören wir auf, oder? Ja, würde ich auch sagen. Passt. Das geht selber mal auf Zufall, weil das sind alles Kackstrecken, die, was ich alle nicht mag. Tschüss. Tschüss. Ja. 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 Ich höle nicht ab. Wichtig. Das ist richtig. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah, ganz Schwabbeln verloren! Vierter! Ja, passt nicht! Ah, fünfter! Ich war so lange zweiter! Ah, Hauptsache, der Knoll ist der Vorgehengeschüttel! Ja, immer! Ah, na gut, na best! Immer der Mösser! Ja, es will wirklich zurückkehren! So, das war's für heute wieder! Heute ist mir wieder ein wenig was Längers geworden! Danke fürs Zuschauen! Wenn es euch gefallen hat, drückt es bitte den Follow-Button, da kriegt es immer die Info, wo einmal Videos ausstatten! Bis zum nächsten Mal! Bis dann! Tschüss! 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 Rечel! Untertitelung des ZDF, 2020